Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Garde 3. Wir sind noch immer in Rivington und wir werden jetzt den Zirkus wieder besuchen gehen, ja. Und dann startet auch wieder die Narren-Quest, wo wir die ganzen Körperteile des Narren finden müssen. Wie, ich mich schon drauf freue. Auf geht's. How dare you? Was in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending Sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Huh? Blood! Tasty blood! So delicious! Ah, speak, Benjamin. Is she safe? Killed before, but doesn't smell like a cultist. Oh, that wanted to eat murderer. Well, murderer or not, I can take no chances. I'm afraid you'll have to move along. No circus for you. Lasst mich rein, sonst zerbrech ich euch. Genau, 18er la. Oh, forgive me. I must have, uh, misspoken. Welcome to the Circus of the Last Days. Have fun and be sure to catch the star of our show. Triple's the Clown. Lavendel und Thymion. Dich in den Circus schwindeln. Das richtige Öl für jede Lage. Motiv erkennen, versuchen ihre Handbewegung zu deuten. Ich möchte ihre Schwinge sehen. Und studieren. Ausfam, nöd Amsterdam. Ich zie demser Kopf. Für die Zaun guess. $45. Ist das responsive dbrech? Zaun, komzent Verschwindeln kreuzte? Tahun, euSta um. Ein���our ist dein wave und hab. Kein Problem. Und du möchtest lieben Dribbles. Er wird auf dem Stadion performen. Will die Wheel of Wunders W. Worthy Oh, dieses Mal tricksen wir ihn aus. Bei den Höllen, wie habt ihr mich gerade genannt? Ich möchte gerne ein Rad drehen. Ihr auch, ich habe die Chancen nur ausgeglichen. Den Bedrüger bedrügen. Astarion ist inspiriert. Nice. So, und das hier habe ich ja bisher in den anderen Staffeln auch noch nicht gehabt. Das habe ich auch erst im Nachhinein rausgefunden. Hier kann man auch eine richtig geile, legendäre Waffe finden. Legendären Dreizack. Das Problem ist, hier haben wir eine Menge Dinos. Eigentlich müsste ich die wegklatschen. Die geben auch gut XP. Aufs Fressbrett. Ah, reicht schon. So, nicht anders. Das ist nicht anders. Das war sehr dumm von dir Oh, noch einer Noch einer Äh Okay. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall einen ab. Auch nicht wirklich. Wie sollen eigentlich immer diese Sprünge? Das kann ich schon. Das war's. Das war's. Der hat gesessen. Aber ordentlich. Und des mystischen Halunken. Oh, ich Idiot. Ich hätte einfach über das Eventar wechseln können. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, mai da geht's. Das war's. 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 So eine geile Waffe. Aber erst mal gucken, wie wir mit der zurückkommen, die gut reinschippert. Oh, da bin ich wieder, du Wichser. Ich hab den Preis gewonnen, gib den mir. So ein Wichser, Digga. Ich glaube, Starion muss hier mal ein bisschen was snicken gehen. Ein paar Sachen hier mitgehen lassen. Das Rache. Das ist alles gefälscht. So ein Wichser. Das kann man alles nicht einsam. Das ist alles gefälscht. Aber scheiße, jetzt hab ich den Trank umsonst rauskauen. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich scheiße. Nicht, dass man so sagen darf. All right, all right, I shall stop fassigen. Das ist schlecht. Genau in dem Moment, wo ich hier was snicken wollte, geht der Trank leer. Wirkung. Oh, oh, hungry little hobgoblin. Want a treto? I have lots of treatos and magic's and junk's I find's. Don't worry. I only takes junk's from dead people. I is nice. Zeugt ihr, was ihr habt. Yes, I have lots of stuff's just for you. Okay. Guess what? Darkness? Also muss ich Bien. Okay. Bye-bye now, cup! If everyone else minds their business, I'll be fine. Oh, die Hand ist nirren, haben wir schon mal. Oh, darling. Oh, darling. We have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Let's see what you have. So, you shall be thrilled and delighted. I know it. I would like to buy a statue from me for my camp. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. I want to buy a statue from me. So, you shall love it. We guarantee it. Oh, it's been an age since your last break, my darling. We are chose to go home. Hey, how are you? You shall get stony all the time, grab him! Das Drowse-Nose war so fröhlich wie du warst, mein Lieber. Er war einfach in Denial. Es gibt Arbeit zu machen. Es gibt Arbeit zu machen. Oh, mein Lieber. Lasst uns nicht das, die Drogenborn zu hören. Es wird bald wiederkommen. Als Sie sagen, das war ein Zeichens. Zeichens. Das war's für ein Zeichens. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich überall hinporten, wo Schatten ist. Das lassen wir bei Mindora. Ich kann mich überall hin. Ich möchte eigentlich mal kurz die Statue angucken. Einfach den nackten Statuen von unserem Charakter jetzt. Dein Nizza. Wahrer Held von Baldur's Tor. Seht nur diese Wangenknochen. Ja. Ja. Pro langer Rast werden wir dann dadurch gesegnet. Alter. Sogar leicht die grünen Strähnen sind drinne. Ich stehe rechts. Aber ein bisschen zu juxus, warum wir das Gold raussauen. Ja. Ja. Die City of Stone and Steel is an endless scream in nature's womb. Ich liebe jemanden, eine Person, die mir nahesteht. Ja. 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 focused your eyes, stillen healthcare. Ja. 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 Und lass uns ganz gut auf stephen. Undimosmin 해주 container bei Mag forests margin. Ich sehe dich. Ich sehe die Verbindung zwischen dir. So tender. So fragil. Aber Sie sehen es für dich selbst? Minthara. Eine Maske von Ice schützt ein Herz von purem Feuer. Du bist gut, wenn du sie nahm. Du bist so nahm. Hör. Schau. Was hat die Drowel über die Unterdark gebraucht? Gewürzte U-Lover-Wein und dünne Scheiben. Rote Steak. Ihre Spinnenhaustiere. Wir haben ja mitbekommen, dass ihre Mutter sie hier umbringen wollte. Sogar die eigene Mutter. Ihre Geschwister ein nach den anderen umzubringen. Ihre Spinnenhaustiere. Wahrscheinlich ist es falsch, aber I don't know. Das Bandeln. Cool. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihre Spinnenhaustiere. Spinnenhaustiere sind Loth's Kreaturen. Wie war ich. Ihr Kult kontrollierte mich. Scheiße. Ich habe es schon direkt gewusst. Wahrscheinlich dann einfach wirklich ihre Geschwister ein nach den anderen umzubringen. Was soll es sonst sein? Ich glaube nicht, dass sie ihre Familie wirklich vermisst, oder? Vermisst sie ihre Familie? I don't know. Das ladet aber mittlerweile ein bisschen schneller, ne? Ja. Hier im dritten Akt. Minthara. Eine Maske von Eis schützt ein Herz von purem Feuer. Ihr tut gut. Hör. Denk. Hör. 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 Ja, Mithara. Buh. Bewundert sie jemanden? Mich. Oh, ist das egoistisch, Alter. Ist das egoistisch. Ich will es ausprobieren. Ich will wissen, was die sagen wird. Mich. Oh, im Rennen, oder? The sweetest loves dance lightly on the tongue. But now we must take deeper into the most painful reaches of the spirit. Those with an icy facade hide their true selves well. But pain breaks us all in the end. Ihre Mutter getötet. Was ist das worst thing your love has ever done? Sich in mich zu verlieben. Loh, den Rücken zuzukehren. Sich vom Kult der Absoluten gefangen nehmen lassen. Die Tieflinge im Hain abzuschlachten. Loh, den Rücken zuzukehren. Sich in mich zu verlieben. Das Schlimmste vor allem, ne? Ich möchte hier jetzt eigentlich ein bisschen rumspielen mit den Antworten, na? Also das Logischste, was ich als erstes sagen würde, wenn wir jetzt nicht selbst ein Monster wären, hätte ich gesagt, wahrscheinlich... Wobei, das bereut sie nicht. Sie hat uns ja gefragt, warum wir es dennoch getan haben. Sie war ja manipuliert worden durch die Absoluten. Sie konnte ja nichts selber entscheiden. Aber sie hat ja uns gefragt, warum haben wir die Tieflinge im Smaragdheim abgeschlachtet. Und daraufhin haben wir ihr dann geantwortet. Wir haben ihr das dann nochmal neu geladen und gesagt, dass wir sie beeindrucken wollten. Und das hat ihr dann gefallen. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich sonst die Tieflinge jetzt das bereuen würde. Also das Schlimmste. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, das Schlimmste ist schon fast, dass sie sich vom Kult einwinden lassen hat. Ich würde sagen, das mit dem Kult oder ihre Göttin hier, die Loth, den Rücken zuzukehren. Ich sage das mit dem Kult. Ja. Das war das Logischste. Was? Jetzt offenbart sich Orrin. Ich habe schon gerade gedacht, was die labern, du, Alter. Jemand anderes. Krankig, bitch. Oh, have you come b-b-begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, your Bond will not save you. He will wrap its Kord around your neck and make you swing from it. When you find the Lordling, tell him, Orrin is watching. Tja. So Orrin is a shapeshifter. How long has she been watching? Treue, Probe. Schatten hat sie es inspiriert. Auch hier Mod, eine Inspiration. Ihr wirkt nervös, was bedrückt euch? Nervous? Don't be preposterous. I am on alert, as you should be, too, given who hunts us. I have faced Orrin before. And she left scars on me that will never heal. She will enjoy adding to them. And she can strike whenever she pleases. She could be anywhere. Could be anyone. Dann müssen wir aufpassen, wen wir vertrauen. Her aim will be to erode our trust in one another. We cannot let that happen. We need to watch over each other. Now, more than ever. Schattenherz könnte sich noch von Schar abwenden. Meint ihr, sie sollte es tun? Naja, das frage ich jetzt nicht. Wir lassen sie ja diesmal hier voll und ganz auf die Schar-Schiene fahren. Also passt das schon. Ja, das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Gretzian. Ah, Lucille. It's Posey Grapevine. Then pivot step. Jacob. You have the grace of my great grandmother's missing leg. Ah, I'm Boris. Boris. Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Entschuldigt bitte die Störung. Interrupting a massacre. Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage. But these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Almost klar. Oh, 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 that's it. Make love to the air, skellies. Oh, 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 oh. Ja, wir wissen jetzt genau, was hier passiert, ne? Oh. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is pausable. Wahey! Oh, good puns. Because Clowns aren't enough of a whore already. Did you hear about the scarecrow, who lost a fight? He got the stuff in, kicked out of him. Wahey! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises, as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. A round of applause for the stalwart heart. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Mein Gehirn ist einzigartig. No, no, it's not that sea head of yours. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend. Because I have a message just for you. Praise the absolute. Böse, pui. He is the spot of the show. Immer wieder geil. Jungen hat der reingezwiebelt. alter ist der rion ist so geisteskrank oberpowert ich kann es immer wieder nur der prä alter level Booyah! Booyah! I always knew I'd die at a circus. No mercy. What should I do? What should I do? What should I do? Let's do this. What should I do? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist sehr wild Das ist schon sehr, sehr, sehr wild Untertitelung des ZDF, 2020 Mauerwilder Angreifer Bei jedem Angriff würfeln wir quasi zweimal Und der höhere Wert des Schadens wird immer genommen Ganz gut gerade bei den Nahkämpfern Und der höhere Wert des ZDF, 2020 Und der höhere Wert des ZDF, 2020 Das machen wir bei den guten Hysterien Darien Und der höhere Wert des ZDF, 2020 Das lohnt sich gar nicht. Ich würde eher schon sagen... Ich hätte erst fast schon gesagt, wahrscheinlich C einfach nehmen. Doch, C. Mehr Leben für den guten Hysterion. Es ist nicht wirklich was dabei, was ich jetzt sagen würde. Okay, das nehmen wir mit. Okay. Clownhammer. Das ist das Mordtribunal, hier wieder die Nachricht davon. Hm? You fight good. Doppelgänger. 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 Ich würde noch Schnüppel suchen. Wir haben Schnüppel, das abgetrennte Hand gefunden, das hat es aktualisiert. Okay, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dort hin, haut rein, euer WorldGamerYoutube, ciao!